Die Gäbe und hat erhört, und die Welt hat erhört, und die Gäbe und hat erhört. Gehen wir weiter, gehen wir weiter, gehen wir weiter zurück. Schauen wir mal, was das noch für die Lauf gibt. Kommt! Wird er? Ja. Wir müssen noch da und dann auch da. Da ist ja äh, die Pfarrer. Wir müssen noch das aufhören. Der Schenkel ist gar nicht zu Hause. Magri. Das ist ein schönes Mal. Warum kommen sie zu mir? Warum kommen sie zu mir nicht, die Mücken? Na, da sind die Hotels nach oben. Schau, wie schön. Hm, aber schau, wie schön das ausschaut. Hm, aber schau, wie schön das ausschaut. So, so. Tic, 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 Tic. I hope you crumbles one day. Hm. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Es ist wunderschön, ich meine, wenn man nur mal in den Himmel schaut, man schaut sich das an, genießt diesen Anblick. Ich meine, ich kenne kaum irgendwo auf der Welt, wo es wirklich so schön ausschaut, wie hier. Also wenn unsere Videos euch gefallen und ich glaube, wir haben uns diesmal richtig Mühe gegeben, damit wir wunderschöne Videos liefern können, so abonniert unseren Kanal und bleibt auf jeden Fall dabei. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie uns gerne in den Kommentaren, fragt einfach und wir beantworten sehr gerne. Das, was wir wissen, geben wir euch weiter und das wisst ihr auch. Also ihr seid das von unseren Videos gewohnt. So wie ihr das von unseren Videos gewohnt seid, so wie ihr das von uns gewohnt seid, wir liefern Antworten. Also für jede Frage, wenn wir es wissen, wir beantworten sie. Beziehungsweise wenn wir es nicht wissen, haben wir ja vor Ort Bekannte, also genug Bekannte mittlerweile, die wir dann die Fragen stellen und dann euch dann weitergeben bzw. beantworten. Ihr erfährt auch in unserem Kanal Informationen sofort, dass es sobald es irgendwelche Neuigkeiten gibt, und vor allem aus Ägypten, in Ägypten, über Ägypten, erfährt ihr es als Erster. Und natürlich unsere Vlogs, weil wir euch mitnehmen, damit ihr wirklich dabei seid, wie wir, was wir machen, wo wir hingehen, vielleicht kriegt ihr mal auch Lust, der eine oder der andere, was ich nicht glaube, der noch nicht da war, dass er mal herkommt und die, die schon mehrmals da waren, noch mehr Lust bekommen, auch noch öfters vor Ort zu kommen. Der ist auch ein Cleopatra Basar. Aber das ist ein Originaler. Der ist auch ein Dinopark, oder was? Da hinten. Da, wo davon? Schau. Da. Ja, brauchst du einen Ausweis. Aber ich kann nochmal fragen. Ich hab auch. Ich kann mal fragen, was kostet da mal die Karte. Ich darf aber auch. Ich frage mal, was drinnen eine Karte kostet. Wir sehen uns gleich.